Ne, Max Kino. Steinburg. Und da sehen wir es wieder los. Hafenzommer, glaube ich. Und da sehen wir uns jetzt hier noch mal ein paar Tage. So, was wir im Laufe von uns, die wir haben. Ohne gerade ein Quatsch. Wir sind ja jetzt so, das können wir euch in der Gruppe und in der Hand machen. Wir wollen uns jetzt mit dem YouTube-Guide machen und schauen, ob wir das so nach dem Abend haben. So, was wir im Laufe von uns. Wir sind ja jetzt, wir werden viel los, Kinder. Bei uns ist es für mich. Ich kann euch ja noch einen Schatz-Zahler befinden. Dann merkt ihr, das ist eine Qualitätbrille und ich bin der Cinemax mit euch. Und um 20.30 Uhr kommt der Film, Deadpool & Wolverine. Leider ist heute keiner von meinen Kumpels dabei. Der andere ist gern. Der andere schaut Kickers an. Aber ich wollte unbedingt den zu angucken. Das will ich jetzt rein. Ich kann später mit dem angucken. Aber ich finde es cool, cool. Triller. Ich habe schon extra Hürden gesorgt. Ja, aber das sind auch jetzt so ein... Gäbe es auch mit so einem Wolverine. Ja, Wolverine fand es immer cool. Der X-Man. Die Krallen. Und der Sterbens. Da habe ich alle Filme auf DVD. Völlig cool. Da seid ihr draufgekommen. Deadpool war ja auch coole Filme. Ja, die 1, 2 auf DVD. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also... Ha! Das war immer geil. Ich sage immer noch mal gemüt. Und dann sind wir später im Kino-Song. Und dann kommt der Trainer. Und dann sind wir später beim Hauzen. Wenn man sich davon durchdrehen kann. Dann fährt man Sinn. Sein drüben Parkplatz. Dann fährt man Talare. Denn Talare ist ja frei. Das Zelt wird auch langsam abgebohrt. Es fährt auch da, ein bisschen. Aber schon fast langsam abgebohrt. Aber das Parkplatz ist schon fei. Dann fährt man frei. Ja. Und hier wollen wir um 9.30 Uhr feiern. Und jetzt sind wir auf Ferien. Jetzt sind alle 16 Bundesländer aufgenommen. Enden die Ferien. Ja. Jetzt sind wir alle draußen. Die Ferien haben eine schöne Ferien. Und die Urlaub haben wir schon wieder. Sommerferien und Sommerferien. Wir wissen alle, wie es immer war. Schön und Spaß war. Wir haben uns ein bisschen freut auf die Sommerferien. Bei Herrn und Bad Wittenberg zum letzten Sommerferien. Doch. Es war immer so eine tolle Zeit. Zum Beispiel in sechs Wochen. Und machen wir es heute. Nur für die Eltern ist es eine tolle Zeit. Ein bisschen überlegen, was wir machen. Die Kinder. Aber das sind immer noch gar keine Rutsche. Und jetzt sollten wir mal einen Punktplatz ausprobieren. Na bitte. Cool. Yeah. Aber von Wolverine und Deadpool zusammen mit Treppen. Und dann immer das Weiß nur vom letzten Mal vom Film. Von Deadpool 2. Da hat Deadpool ein Zeitring. Oder einmal so eine Uhr. Oder eine Zeituhr. Einmal so eine Uhr. Von den einen Zeitreisen. Ja. Ja. Weiß ich auch nicht. Und man sieht einen Admin. Und drin. Admin als wo da liegen. Als groß. Da siehst du, wie der Schädel aufkommt. Mängstens als jetzt. Ja. Weiß ich auch nicht. Und an Deadpool. Als Raubesserung. Wir haben dann die Laterale. Schöne bloß. Keine Ahnung. Was da ist. In der Welt. Ich bin gespannt. Aber ich werde euch berichten, wie das war. Meine Kritik. Also. Wo ist dieser Kritiker? Fünfkritiker. Ja. Hier aus dem Cinemax Würzburg. Das Kino. Ja. Das Cinemax. Das Kino hier. Cinemax. Und dann haben wir den Kinosaal 7. Und das eigentliche größte Saal hier. Aber ich habe diesmal VRPs jetzt genommen. Ja. Und freue mich drauf. Hulberin. 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 Als siebenjähriger Junge kam geworden. Sehr schwer kam. Wie sein Futter auch. Und dann kam dann die. Und dann hat er sein Vater umgebracht. Und sein Vater. Also sein. Denken der sein Vater wäre. Wunderbar von seinem echten Vater. Dann kommt seine ausgutete. Nicht die Krallen. Sondern die Knochen raus. Die wurden ja später zum Tal. Also. In einem anderen Film bekommt. Es zeigt dir Hulberin. Und das. Echt etwas mit Halsklapp bekommt. Und die Krallen. Die Krallen kommen. Und noch Knochen. Aber er ist sowas im Sterben. Er hat ihn in die Kriege mitgemacht. Er hat dich mit Nazis zusammen gekämpft. Und so heißt es. Und so weiter. Ja. Wo in einem Film. Der letzte Film von Hulberin. Stirbte ja. Wenn der alt geworden ist. Und diese X-Men. kann nicht den X-Men gehen dann nicht nur funktionieren. Wenn die X-Men-Men gehen dann nicht nur funktionieren. Kann dadurch nur halten. Und es wird auch älter. Und wie wir alle. Und jetzt bin ich auch gespannt auf den Film. Ja. Und allein allein. Na ja. Allein allein. Und jetzt. Viel Spaß am Zuschauen. Jetzt wieder. MULBERIN. Boah. So. Das ist mein Menü. Und wir haben hier einen Getränkebäcker. Und ich hab hier einen Bulberin. Ja. Außer ich wollte. Und hier mein Becker. Und ein Bulberin. Ich hab Pfanne da drinnen. Yeah. Ist doch cool oder? Bulberin. Nimm raus. Wollte ich doch. Bulberin. 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 Was denn hier? Waah. Wasser. Nee. Oh. 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 Und bitte ist ein Kino. Das sind die Börsen-Sitze, VIP, das ist ein bisschen die Puppette. Das ist das Vinyl. Das lässt sich aus. Das lässt sich aus wie Wulver im Kühnen angucken, bitte. Nochmal, du bist hier nicht willkommen. Du bist nirgends willkommen. Und jetzt verpiss dich aus meiner Bar. Gib mir noch einen Drink, dann bin ich weg. Hi, Schnuckelchen. Du musst mit mir mitkommen. Sofort. Hör mal, Lady. Kein Interesse. Okay, die Uhr macht Tick-Tick. Also, hopp, hopp. Lass uns gehen. Hoppi galappi. Oh, du kriegst die Krallen nicht mehr hoch. Kommt vor bei Wolverines über 40. Das willst du nicht. Wenn du nicht durch deine Scheiß-Stirn atmen willst, solltest du nochmal drüber nachdenken. Ich bin dabei, alles zu verlieren, was mir je wichtig war. Nicht mein Scheiß-Problem. Hast du das auch gesagt, als deine Welt am Abkacken war? Wie bitte? Dieser Wolverine hat seine ganze Welt im Stich gelassen. Willst du drüber reden, was bei dir los ist? Oder warten wir auf einen Rückblick später im Film? Fick dich einfach. Ich weiß echt gar nichts übers Weltretten. Aber du weißt, wie das geht. Glaub mir, Kleiner, ich bin keine Hilfe. Du warst ein X-Man. Du warst der X-Man. Jetzt bin ich so richtig feucht. Jungs sind so albern. Na bitte, geh doch! Echte Slow-Motion-Action-Szene! Ich weiß nicht, ob du's überlebst. Scheiße, hauen wir rein! Scheiße, hauen wir rein! Willst du ein bisschen koksen? Hey, Kokain ist das Einzige, was laut Feige zu weit geht. Was ist mit bolivianischem Marschierpulver? Die kennen alle Slangbegriffe, die haben eine Liste. Auch weißes Gold. Auch Diskostaub. Was ist mit Promipuder? Sogar Nosecandy. Willst du einen Schneemann bauen? Ja, aber ich kann nicht. Ich mache aus allem Witz, aber ich habe Mitgefühl und ich würde dieses Gefühl gern für was Wichtiges benutzen. Ich habe lange darauf gewartet, dass wir ein Team werden. In meiner Welt bist du sehr angesehen. Du warst ein X-Men. Quatsch, du warst der X-Men. Der Wolverine. Er war ein Held in meiner Welt. Ja, aber er ist ein Scheiß-Trick in meiner. Scott wollte immer, dass ich den Anzug trage. Storm, Beast, sie alle wollten es. Ich wusste nicht, dass ich zum Team dazugehöre, aber ich wollte es nicht. Dann war es zu spät. Neun Menschen. Meine ganze Welt ist auf diesem Bild hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie allein retten soll. Aber du, du weißt, wie man sie rettet. Für wen auch immer du mich hältst. Du hast ihn falsch. Du warst immer der Falsche. Und dann warst du es nicht mehr. Bist du bereit? Fuck ja, aber sowas von. Ich bin Wolverine. Lass den Mist. Nein, das ist doch nicht. Ja. Ja. Ich bin nicht mehr. Ja. Dann wenn ich schon einen Wolken berühmt. Ich bin schon über den. Ja. Ja. Ja, gut. Ja. 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 Ich weiss, äh, ganz multiverse. Entschuldigung, es ist sehr laut jetzt hier. Das kann man sagen, voll. Voll voll. Also ganz beschenkt, einfach bis Ende. Super top. Also, ich hab mal an der anderen Punkt. Ich muss sagen, echt top. Super. Klasse. Ähm, ja, jetzt kommt ein bisschen Spoiler. Ja, man kann, ähm, ja. Da gibt's halt hier, ähm, unsere Zeitlinge. Eine Zeitpatrolle. Ja. Und dann, also auch die Donner. Und dann eine, äh, eine Lehrerin. Und, äh, eine unbekannte Schwester. Und, wie sie das? Und, äh, da kommt nochmal Blade. Blade 4. Der Blut vom Bierkiller. Mehr, äh, so von Death Wheels. Hund. Und sogar ein Kent. Und Baby. Und, und, äh, mehrere Mulverfilms. Ja, toll, ne? Ja, toll, ne? Und man sieht auch, das sind da einer von letzten Mulverfilmen drin. Und sein Skelett. Wo er gestorben ist. Und die eine Mädchen, da, oder relativ, die auch gut verwendet worden ist. Ja, also, das ist vier Figuren daumen auch. Ja. 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 Und, ähm, bis er bis zum Ende drinnen bleiben, an der Abspann kommt, abspannen. Da kommt nochmal bei Abspannen nochmal was sehen dann, wie, äh, wie damals die Vergangenheit, also als wir dreht haben und sowas in der Vergangenheit. Plus, plus eine neue Szene, die lustig ist, dem Film eigentlich schon zugehört, aber am Ende kommen sie. Kommt ein Schluss. Also, am besten Video drin bleiben, bis das Licht angeht. Ansonsten ist das Film sehr gut, sein Filmswort. Und ich würde dann wieder ran klingen, mit Freunden, Wolf, die finde ich so cool. Und, äh, da werde ich sogar auf dem Weg kaufen, wie man hoffen ist. Also, ich fand den Film sehr cool. Also, er hat sie wirklich so, wie Werbung, wie wir vorgestellt, war es wirklich so. Also, es wurde mal cool, super cool. Und der Wolverine mit seinem kompletten Kostüm. Ich hab mal gedacht, halt, das sieht so aus wie an, weil es so ein kleinliches. Also, der Schauspieler war doch jetzt noch anbezogen. Ist ein Kostüm da. Und, äh, fühlt sich schon cool aus. Voll cool. Und die Action-Szene mit Deadpool sammeln. Deadpool, äh, Deadpool und Wolverine sammeln können. Und, äh, auch voll lustig. Und cool. Manchmal, ja klar, seine Strahle, manchmal strahlt. Aber voll coole Kampfszenen. Und auch lustige Szenen. Und ich hätte auch gesehen, ja sogar ein Vanessa's, äh, Kid, Deadpool dabei. Und noch mehr an Sachen. Also, voll lustig. Also, ich hab einen Sachfilm, einen Superfilm. Geht da rein. Es lohnt sich. Deadpool wohlgerieben. Trotzdem kommt bestimmt. Und ich glaube, eine kleine Szene hat man gesehen. Vielleicht auch so in Zukunft. Also, was noch im nächsten Plan ist. Ich denke mal von den Avengers-Filmen. Das ist vielleicht, dass man von dem Film eine kurze Szene gezeigt. Seien die Deadpool eine Szene aus der Zukunft. Eine Zeitlinie. Hat er eigentlich die Zeitlinie erst bekannt mit Avengers Endgame. Also, die Zeitlinie. Und dann, dann, dann Dr. French die Zeitlinie. Multiversum dann. Und dann war der Cooler hergekommen. Ja und, ja. Und, ja. Da gibt es das Multiversum. Und, ja, er war auch bei der Avengers. Wollte da halt machen. Und ich weiß. Ich denke mal, jetzt ist so, dass wahrscheinlich, konntest du eine Szene sehen. Trotzdem, wo Thor ist. Thor. Wie er so lange lange hatte. Und Deadpool auf dem Boden liegt. Und er dann halte Maske weg ist. Und irgendwie, was ist ein Thermiker? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht hat er das so gemacht. Ich weiß es nicht. Naja. Ich fand er voll cool. Und, also ich finde echt super. Also, egal. Lohnt sich echt. Ein Schneiderer Tal oder Avengers zusammengekämpft ist cool. Das seien Sie aber sehen, dass irgendwie, äh, in einer Rippenmessung Hulk mit Wolverine kämpft. Ja. Oder Original Hulk noch. Nicht Professor Hulk, sondern richtiger. Genau Hulk. Ja. Ich fand ihn echt voll cool. Also, wir haben zudem noch das Filo. Keine Ahnung. Saal 7. 25.30 Uhr. 3D anguckt. 3D wird voll cool. Ja. Hast du wieder einen neuen Teller von anderen Filmen gesehen? Da kommt ja viele Filme dran. Aber der Film war echt cool. Es ist 23 Uhr. Film ist raus. Viele Leute waren drinnen. Und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und sage Danke fürs Zuschauerseinschein. Wir werden Sie bald wieder. Und, genießen Sie den Film. Schauen Sie es an. Der Wolverine. Wenn man in den Kino hingeht, gibt es ein spezielles Menü dafür. Cinemax, Cinemax, Cineplex oder andere Kinos. Machen Sie bestimmt was. So habe ich es auf. Hier. Mein Menü. Wolverine. Und auch fast aus, ähnlich so. Schwarz und Gelb. Wolverine. Und jetzt muss ich weiter. Sag goodbye. Ciao, ciao. Yeah. Cooler Film. Super Film. Das ist für mich der 5-Stelle von 5. Alles dabei. Action-Szene. Lustig. Ja, wir das lieben. Wir das lieben. Bye. Was ist für mich nach DNA. Et fühle mich auf. Was ist für mich. Und jetzt muss ich die. Selbst... Und jetzt muss ich mal in der Nacht. wenn es einen kleinen Lock等等 kommt. Ich bingl。 Ich bin mega. Die ist die in Mario Bremse. Ich binJa. Und jetzt muss ich mich vielleicht überschauen. Ja, das ist gut geworden. Ich bin Spaß im Kino. Hanna, krank, krank. Gut geworden, gut geworden. Ja, 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 ja. Ja, das ist das Kino. Das geht auch nicht. Ja, das ist das Kino. Das Kino. Ich muss noch sagen, dass ich das Kino so gut bin. Und das Kino so gut bin. Und das Kino so gut bin. Das Kino so gut bin. Ich muss noch sagen, dass ich das Kino so gut bin. Wie ich meine auch. Ich höre, was ich meine. Ich bin mein Name. Aus sei es. Ich bin mein Name. Ich bin mein Name. Ich bin mein Name. Ich will Honklin gehabt. Ich kann mein Name. Ich bin ein Name. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017